und dann ging ich den weg entlang und ich machte mir bewusst wie ich den weg entlang gehe wie ich jetzt gerade den weg entlang gehe jetzt und nicht dann sondern jetzt am ende des weges werde ich nicht mehr den weg entlang gehen aber jetzt gehe ich noch den weg entlang und ich konnte spüren wie ich den weg entlang gehe ich konnte spüren wie ich jetzt gerade den weg entlang gehe im unterschied zu später wenn ich nicht mehr den weg entlang gehen werde ich stellte mir vor wie es später sein würde am ende des weges wenn ich ihn nicht mehr entlang gehen werde wenn ich ihn entlang gegangen sein werde es wäre anders als jetzt da ich ihn noch entlang gehe jetzt bin ich den weg entlang gehend jetzt jetzt streife ich mit der hand der hecke entlang jetzt streife ich nicht mehr mit der hand der hecke entlang jetzt streife ich mit der hecke entlang jetzt jetzt nicht mehr jetzt bin ich mit der hand der hecke entlang streifend gleich nicht mehr nicht mehr mit der hand der hecke entlang streifend denke ich daran gleich wieder mit der hand der hecke entlang streifend zu sein wie wird es sein mit der hand der hecke gleich wieder entlang streifend zu sein dachte ich mir dachte ich mir so hoch ist es dachte ich als ich mit der hand wieder der hecke entlang streifte gleich gleich am ende des weges werde ich nicht mehr mit der hand der hecke entlang streifen jetzt streife ich noch und jetzt kann ich noch gleich wieder mit der hand der hecke entlang streifend sein gleich nicht mehr am ende des weges den ich ihm jetzt gleich mit der hecke der hand gleich entstreifend lang ging so hoch ist es schluss 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 schluss